Willkommen zur Vegan-Abnehmen-Challenge 2019. Du möchtest abnehmen und dich dabei gesund und lecker ernähren? Ohne Diäten, Verzicht und endlich Wohlfühlgewicht bekommen? Unser Mr. Brokkoli, Christian, lebt dies seit über 5 Jahren mit veganer Ernährung vor und zeigt dir mit seinen Trainerinnen, wie es geht. Erfahre am Ende dieser Episode, wie du jetzt noch einen der limitierten Plätze ergattern kannst. Hallihallo, hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Brokkoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch, hervorragend. Und wir sind in Episode 5 der Neujahres-Kickstart-Challenge. Beweg dich, belohne dich. 10 Tage, 10 neue Impulse, um sexy auszusehen, abzunehmen und das Beste aus der veganen Ernährung rauszuholen. Natürlich tun wir das auch heute wieder. Und wenn wir über vegane Ernährung sprechen, sprechen wir auch sehr, sehr oft über Bio-Qualität und qualitativ hochwertige Nahrung. Und darüber soll es heute in diesem zweiten Teil des Bio-Tools geben. Welche Idee steckt überhaupt hinter Bio? Welche unterschiedlichen Bio-Labels gibt es? Und auch die Frage, ist Bio auch aus dem Discounter gut? Am Ende gibt es natürlich wieder ein Geschenk. Was du dafür machen kannst, sage ich dir am Ende der Episode. Das Geschenk wird sein, dass du eines meiner drei Top-Bücher bekommst. Vegan Kochen mit Lupine, Vegan Abnehmen mit Lupine oder den Vegan Kickstarter. Die Bücher wurden insgesamt über 8000 Mal verkauft. Also echte Bestseller auf Amazon zumindest. Da darfst du dich auf jeden Fall freuen. Ja, dazu am Ende der Episode mehr und heute geht es darum, Bio genau zu erzählen. Und da möchte ich ein bisschen die Geschichte erläutern. Bio ist letztlich keine neuartige Erfindung, sondern hat eine lange Tradition. Schon 1924 begründete der österreichische Philosoph Rudolf Steiner die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise. Seine Lehre, die sogenannte Anthroposophie, basiert auf einer umfassenden Einsicht in die Natur. Sie begreift den Bio-Bauernhof als Organismus, als Kreislauf, der in sich und mithilfe der Natur durch Einflüsse von Mond und Planeten funktioniert. Aus dieser Bewegung entwickelte sich auch der Anbauverband Demeter. Zu Demeter kommen wir später nochmal. Das ist ein spezieller Anbauverband, der letztlich über Bio hinausgeht. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. 1993 machen wir einen kurzen Sprung. Draht dann die EU-Öko-Verordnung in Kraft, die Erzeugung, Herstellung und Kennzeichnung von Bio in der Europäischen Union regelt. Am 5. September 2001 wurde in Deutschland das staatliche Bio-Siegel ins Leben gerufen. Alle Bioprodukte, die dieses Siegel tragen dürfen, sind nach der Anforderung der EU-Öko-Verordnung hergestellt und verarbeitet. Ab 2009 wird die bestehende durch eine neue, etwas geendete Verantwortung ersetzt. Also 2009 ist natürlich jetzt schon rum. Das Buch hier, das ich auch schon in der vorigen Episode empfohlen habe, heißt Was ist Bio und was nicht? Stand 2006 ist aber noch sehr, sehr aktuell. Und letztlich gibt es hier eben dann auch die wesentlichen Neuerungen in diesem Podcast. Anbauverbände versus Bio-Siegel oder versus EU-Bio-Siegel ist jetzt das Thema. Der moderne Kunde von heute greift zu Bio, weil er hier das Gefühl hat, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu kaufen. Der eigentliche Gedanke von Bio geht aber weit über die Produktion gesunder Lebensmittel hinaus. Der Grundgedanke ist nämlich, ein ökologisches Kreislauf inmitten einer intakten Natur zu verfolgen. Und das tun heute fast nur noch die Anbauverbände mit ihren strengeren Vorschriften. Die EU-Öko-Verordnung dagegen betreibt mit sehr durchlässigen Vorschriften nur Schadensbegrenzung. Ja, zur EU-Öko-Verordnung. Hier, wie gesagt, 1993 in Kraft getreten, ergänzt und die ökologische Regel, die ökologische Tierhaltung. So ist beispielsweise festgelegt, wie viele Tiere pro Fläche gehalten werden dürfen und was in der Futterdrücke wandern darf. Ein besonders wichtiger Bestandteil ist auch ein unabhängiges Kontrollsystem, das die Einhaltung gesetzlicher Regelungen überwacht. Ja, so wird zum Beispiel generell auf den Zusatz von synthetischen Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Konservierungsmitteln, künstlichen und naturidentischen Aromen sowie Süßstoffen und Stabilisatoren verzichtet. Der Einsatz von Gentechnik ist verboten. Wesentlich strengere Grundsätze und höhere Anforderungen als die EU-Öko-Verordnung stellen aber die Anbauverbände an. So, schauen wir uns mal die wesentlichen Vorschriften der EU-Öko-Verordnung an. Es regelt genau, wie der Pflanzenbau zu verfolgen hat. Es regelt, welche Dünger- und Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen dürfen und auch in welcher Menge. Und hier gibt es positiven Listen. Alles, was in den Listen aufgeführt wird, ist allerdings erlaubt. Also sprich, EU-Öko oder Standard-Bio ist nicht komplett pestizidfrei, aber hat natürlich wesentlich geringere Grenzwerte wie konventioneller Anbau. Und hier wurden, ja, über die letzten Jahre schon ganz, ganz viele Tests gemacht. Unter anderem Greenpeace hat hier ganz, ganz viel getestet. Und da gab es eine starke Untersuchung, wo sie Lidl getestet haben und ein vernichtendes Urteil gehabt haben. Und seitdem hat Lidl quasi seine Anbaumethoden verändert und so ist auch ein Discounter mit relativ konventionellem Gemüse und Obst dann ganz, ganz gut geworden. Und dementsprechend beantwortet es schon ein bisschen die Frage, wenn du überlegst, ob du zwischen Bio und konventionell kaufst, egal ob im Discounter oder sonst wo, dann entscheide dich für Bio. Denn die Pestizidbelastung ist deutlich höher im konventionellen Anbau. Und wenn du natürlich schon aus Gesundheitsgründen Obst und Gemüse isst, dann solltest du eben auch relativ hochwertiges Obst und Gemüse essen. Und nicht die Pestizide reinfahren. Das ist übrigens auch ein Thema, warum ich gar nicht mehr so viel Obst und Gemüse esse, sondern stattdessen eben auch sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Athletic Greens, wie Gerstengras, Spirulina, 8 Ventures etc. zu mir nehme. Weil da einfach ganz, ganz strenge Richtlinien gelten. Das Ganze ist natürlich dann nicht mehr im Ursprung, also nicht mehr als ganzes Lebensmittel. Aber ich gehe eben auch sicher, dass ich weniger Pestizide zu mir nehme. Und ansonsten kaufe ich eben mein Obst und Gemüse bio. Was gibt es jetzt für, genau, wir waren noch hier bei der wesentlichen Vorschrift der EU-Öko-Verordnung. Anbau haben wir geregelt, Verarbeitung, auch die Verarbeitung ist geregelt. Hier sind übrigens 47 Zusatzstoffe erlaubt. Das war Stand Dezember 2007. Auch hier gibt es Positivlisten, was verwendet werden darf und was nicht. Die Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs müssen ungefähr zu 95% aus ökologischem Landbau stammen. Also 95% Stand 2007, das kann heute schon ein bisschen mehr gelockert sein. Es heißt also nicht, dass Bio 100% auch ökologisch ist. Das muss uns klar sein. Und bisher war auch Gentechnik komplett verboten. Das wurde wohl 2009 oder 2011 aber auch geändert. Und da gibt es, ich glaube, 0,7% darf eben auch aus Geneinsatz von Genmaterial erfolgen. Das liegt daran, dass nicht immer 100% ausgeschlossen werden kann, dass irgendwelche genmanipulierten Reste nicht noch irgendwo drin sind. Also beispielsweise, es gibt eine Lieferung von Soja, die kommen aus dem selben Anbaugebiet. Das eine ist Bio, also Gentechnik frei. Und das andere war für Futtermittel und wurde gentechnisch geliefert, beides im selben LKW. Und dann können da natürlich Rückstände sein. Und das war dann quasi hier der Anbau. Ja, Zusatzstoffe in Bio-Lebensmitteln. Bioland, also eines der Verbände, erlaubt nur 25 Zusatzstoffe. Demeter erlaubt nur 14 Zusatzstoffe, während die EU-Öko-Verantwortung eben 47 Zusatzstoffe zulässt. Also hier vielleicht auch dazu ein kleiner Unterschied. Dann haben wir Kennzeichnung, die Kennzeichnung der Produkte muss der Name oder die Codenummer der zuständigen Öko-Kontrollstelle angegeben werden. Achtet da bitte auch darauf. Und Importware, das ist auch eine häufige Frage, ist denn Bio aus dem Ausland auch Bio? Wie gesagt, wir haben hier eine EU-Öko-Verordnung. Solange das Bio aus dem EU ist, dann unterliegt es eben auch diesen strengen Kontrollen. Die Anbauverbände selber haben noch strengere Kontrollen. Haben wir hier gerade schon ein Bauspiel gelesen. Und ich gebe euch jetzt nur mal die drei bekanntesten Anbauverbände vor, sodass ihr euch danach richten könnt. Anbauverband Nr. 1 ist BioLand e.V. Die Marke BioLand steht für den Verband für organisch-biologischen Landbau. BioLand setzt besonders auf die Regionalität der Produkte. Unter der Marke BioLand arbeiten nicht nur Landwirte und Lebensmittelhersteller, sondern auch Metzgereien und Bäckereien. Die Bauern bewirtschaften ihren gesamten Hof ökologisch und verwenden nur Saatgut aus Ökoanbau. Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln sind nur 25 Zusatzstoffe zugelassen. Alle BioLandbauern werden von staatlichen Kontrolleuren unter die Lupe genommen. Dann haben wir Naturland, der zweite Anbauverband. Die Besonderheit des Naturlandverbandes für ökologischen Landbau ist sein internationales Handeln. Der Verband ist deutlich global aufgestellt. Naturland orientiert sich grundsätzlich an den Richtlinien von BioLand. Der Verband gibt ein Siegel aber auch für Öko-Aquakulturen, also sprich Fische, Krebse, Algen, ökologische Waldnutzung, Textilien, Imkerprodukte und Brauereiprodukte, die strengen ökologischen Regeln entsprechen. Die Kontrollen werden durch externe, staatlich zugelassene Kontrollstellen durchgeführt. In der Regel beauftragt Naturland das Internationale Kontrollinstitut für Marktökologie, auch abgekürzt IMO, mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland, der Türkei, in Indien und Lateinamerika. Und dann haben wir den dritten, der sehr, sehr vielen bekannt ist. Das ist Demeter, Eigentümer der Marke Demeter in Deutschland und vielen anderen Ländern, ist der Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise. Demeter ist der älteste Anbauverband. 1928 wurde das Demeter-Warenzeichen eingeführt und die ersten Merkmale für Demeter-Qualität formuliert. 1954 schon konstituierte sich der Demeter-Bund. In Deutschland und auf internationaler Ebene setzt Demeter-Bauern die strengsten Richtlinien unter den Biosiegeln um. Die Landwirte beziehen sich auf die Lehre von Rudolf Steiner, der das biologisch-dynamische Prinzip entwickelte. Die Demeter-Landwirte verstehen ihren Betrieb als ganzheitlichen Organismus. Alle Teilbetriebe des Hofes müssen nach Demeter-Prinzipien wirtschaften. Alles, was im Betrieb verwendet wird, muss auch vom eigenen Hof stammen. Tiere sollen nicht nur artgerecht, sondern auch wesensgerecht gehalten werden. Also hier ganz klarer Unterschied auch zu normalem Bio. Bei der Verarbeitung lässt Demeter nur 14 Zusatzstoffe zu und verbietet auch natürliche Aromastoffe. Auch Demeter wird natürlich kontrolliert von staatlicher Kontrollstelle und vom Demeter-Verband selbst. Dann gibt es noch weitere kleinere Anbauverbände. Die lasse ich jetzt hier aber mal weg. Und gehe nochmal hier auf eine Geschichte durch die neue EU-Öko-Verantwortung 2009. Also da hatte ich ja darüber gesprochen, dass es da eben Änderungen gab. Ab 2009 wurde das Öko-Logo vergeben, wenn mindestens 95% der Zutaten ökologischen Ursprungs sind. Allerdings können auch bei nicht-ökologischen Erzeugnissen Zutaten ökologischen Ursprungs angegeben werden. Dies jedoch ausschließlich auf der Zutatenliste. Jetzt kommt es. Die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen bleibt verboten. Allerdings wird ausdrücklich festgestellt, dass die auf 0,9% festgesetzte Obergrenze für das unbeabsichtigte Vorhandensein von gentechnisch veränderten Organismen auch für ökologische Erzeugnisse gilt. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass Bio 100% gentechnikfrei ist. Es wird eine neue Einfuhrregelung geschaffen, in deren Rahmen Drittländer unter gleichen oder entsprechenden Bedingungen auf den EU-Markt exportieren können. Gleichzeitig wird fortgeschrieben, dass der Ort, von dem die Erzeugnisse stammen, auf dem Produkt aufgeführt werden muss. Das gilt auch für eingeführte Erzeugnisse. Und die neue Verordnung heißt bei der EU, wird auch die Basis für die Aufnahme von Regeln ökologischer Aquakultur, Wein und Häfen schaffen. Also von daher hoffe ich, habe ich hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Es ist eben so, dass du im Discounter letztlich eben auch Bio kaufen kannst und auf jeden Fall dort auf der sicheren Seite bist, was Rückstände und Pestizide angeht. Die sind deutlich geringer, es sind nicht immer unbedingt mehr Vitamine im Bio-Anbau wie im konventionellen Anbau. Es sind aber deutlich weniger Schadstoffe, weniger Pestizide in Bio. Und was Gentechnik angeht, können wir nicht 100% ausschließen, auch bei Bio nicht, dass da kein gentechnisch verändertes Material drin ist. Dennoch würde ich sagen, Fazit von dem Podcast und wenn du was mitnehmen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, das Budget hast und auch die Möglichkeiten vor Ort hast, greife zu einem Bio von einem Anbauverband. Bioland oder Demeter wären hier die Wahl. Wenn nicht, greife eben zu Bio-Ware aus einem Bio-Supermarkt oder eben beispielsweise aus Tegut oder eben Discountern. Auch da gibt es mittlerweile oder vor allem bei Discountern gibt es Bio-Ware eben auch zu günstigen Preisen. Ich erinnere nur an Aldi, glaube ich, der jetzt die sogenannten krummen Dinger eingeführt hat, wo du quasi eben auch Karotten, Gurken etc. kaufen kannst, die eben nicht zu diesen Maßen und nicht so der Norm entsprechend und trotzdem ansonsten weggeschmissen werden müssten. Und die bieten die eben an zu letztlich günstigen Bio-Preisen eben an. Also, wer mehr wissen will, kann ich nur das Buch hier ans Herz legen, was ist Bio und was nicht. Link in den Shownotes und dort kriegst du dann viel, viel mehr auch zu anderen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse mit. Bio-Fleisch, Bio-Milchprodukte und ganz, ganz viele Einkaufstipps kann ich nur empfehlen. Und die Aufgabe für heute wäre eben, dass du postest, wo du Bio am liebsten kaufst und was du für Erfahrungen mit den unterschiedlichen Bio-Labels gemacht hast. Da bitte einfach in die Facebook-Community posten, mich markieren und ich schenke dir eines meiner Bücher. Ich freue mich auf dein Feedback und generell auf das Feedback vom Podcast. Wenn es dir gefallen hat, rezensiere den Podcast gerne. Heute mit einer etwas längeren Episode, aber ich hoffe, es hat sich auch für dich gelohnt. Entschuldigung für das Glocken-Geläute hier im Hintergrund. Ich habe ein neues Büro und da sind wir direkt neben der Kirche. Ist auch schön. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, weiterhin einen tollen Start in das Jahr 2018. Dein Christian, stay healthy, stay vegan. Eat your Broccoli. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Jetzt zu deinem versprochenen Geschenk. Nehme an der Live-Challenge teil und erlebe das Rundum-Erfolgskonzept aus Training, Ernährung und Motivation, mit welchen wir schon hunderte Menschen zur nachhaltigen Gesundheit und Raumfigur verholfen haben. Mit nur 3x 20 Minuten Bodyweight Training pro Woche und den leckersten veganen Rezepten schaffst du es auch. Registriere dich unter www.vegan-athletes.com slash abnehmen-life für einen der limitierten Plätze und erreiche jetzt deine Traumfigur.